Kansas ist ein kleiner, ländlich geprägter Bundesstaat im Mittleren Westen der USA. 2012 gewann dort der Republikaner Sam Brownback die Wahlen. Angetreten war er mit dem Versprechen, die Steuern massiv zu senken. Federführend an den Beratungen zu diesen Steuersenkungen beteiligt, war ein gewisser Ökonom namens Arthur Betts Leffer, um dessen Theorien es in diesem Video hier gehen soll. Aber zurück zu unserem Beispiel Kansas. Gesenkt wurden vor allem die Einkommenssteuer, sowie die Durchgangssteuern, die Unternehmen und Einzelpersonen zahlen mussten. Von diesen Steuersenkungen profitierten vor allem die Wohlhabenderen und die sollten dann halt mehr investieren. Das Versprechen war, dass sich die Steuersenkungen selber finanzieren würden. Aber es passierte genau das Gegenteil. Die Steuereinnahmen brachen ungefähr so stark ein, wie die Steuern auch gesenkt wurden. Haushaltsreserven des Staates Kansas schmolzen dahin. Kansas hat sich in seiner Verfassung eine Schuldenbremse geschrieben, das heißt, diese Reserven dürfen nicht unter Null sinken. Ansonsten müssen Ausgaben gekürzt werden, beziehungsweise ansonsten ist Kansas insolvent. Also kam es, wie es kommen musste. Die Kreditwürdigkeit des Staates verschlechterte sich immer mehr und Kansas stand am Rande der Insolvenz. Also begannen die Republikaner massiv die Bildungs- und die Gesundheitsausgaben zu kürzen. Was aber auch nicht reichte. Und das Versprechen, dass die Steuersenkungen die Wirtschaft besonders stimulieren würden, hat sich auch nicht erfüllt. Wirtschaftswachstum in Kansas lag unter dem der Nachbarstaaten und unter dem Gesamt-US-Wirtschaftswachstum. Also erhöhte man die Steuern 2017 schließlich wieder. Und eigentlich hätte man es vorher auch schon besser wissen können, hätte man sich genauer mit den Theorien des Mannes auseinandergesetzt, der bei den Steuererhöhungen beratend zur Seite gestanden hätte. Die Rede ist von Arthur Betz Leffer, dem Schöpfer der Leffer-Kurve. Das ist eine Idee, die er zuerst in den 70ern entwickelte und die im Grunde genommen so aussieht. Der durchschnittliche Steuersatz, den der Staat erhöbe, bei 0% läge, würde der Staat keine Steuern einnehmen. Wenn dieser Steuersatz nun aber bei 100% läge, würde der Staat auch keine Steuern einnehmen, da es sich nicht mehr lohnen würde, zu arbeiten bzw. dafür dann auch Steuern zu zahlen. Arthur war nicht der Erste, der diese Überlegung anstellte, aber er war der Erste, der sie in eine wissenschaftliche Theorie presste. Müsste es, wenn wir diesem Denkansatz weiter folgen, irgendwo zwischen 0% und 100% einen Höhepunkt geben, wo die Steuereinnahmen des Staates ein Maximum erreichen und dann in beide Richtungen gegen 0% abfallen? Jetzt hätte man Modellrechnungen aufstellen können, man hätte Studien durchführen können, um zu gucken, wo dieser Hochpunkt ungefähr liegt. Leffer hat aber etwas anderes gemacht. Er hat im Beisein des Republikaners Dick Cheney auf einer Papierservierte den Höhepunkt einfach mal bei 30% angesetzt, ohne Begründung und ohne sonst was. Also ihr merkt selbst, dass wir hier den Bereich der Wissenschaft verlassen. Hier wurde eine Theorie aufgestellt, die zwar auf logischen Grundüberlegungen beruht, die aber einfach auf Zahlenwerten beruht, die einfach so eingesetzt wurden, ohne irgendeine wissenschaftliche Begründung. Doch die Republikaner nutzten diese Theorie in der Zukunft dann, um Steuersenkungen zu rechtfertigen. Wie man dann hier sieht, ab den 70er Jahren purzelten die US-Steuersätze immer weiter nach unten. Die Leffer-Kurve war auch einer der wesentlichen Stützpfeiler der Reaganomics. Politiker wie Ronald Reagan nahmen an, dass wir uns auf der rechten Seite der Leffer-Kurve befinden würden. Das heißt, dass Steuersenkungen zu einem höheren Steueraufkommen führen würden. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, auf welcher Seite der Leffer-Kurve wir uns befinden, auf der rechten oder auf der linken, da der Steuersatz von 30% einfach komplett willkürlich gewählt wurde. Auf welcher Seite man sich genau befindet, kann man eigentlich nur herausfinden, wenn man die Steuer nun senkt oder erhöht und dann guckt, ob sich die Steuernahmen senken oder erhöhen. Und was soll ich sagen, die Steuereinnahmen sind massiv zurückgegangen. Das liegt anscheinend daran, dass Leffer einen viel zu niedrigen Idealsteuersatz von nur 30% angenommen hat. Nun, das hielt aber weitere US-Regierungen nicht davon ab, die Steuern noch weiter zu senken. Jetzt mal ein kleiner Funfact am Rande. Donald Trumps eignete Arthur Leffer mit der Freiheitsmedaille der Vereinigten Staaten von Amerika aus, der höchsten zivilen Auszeichnung, die es dort gibt. Die Steuersenkungen, die in den USA in den letzten 40 Jahren passierten, haben mittlerweile zu dem Missstand geführt, dass die 400 reichsten US-Bürger einen niedrigeren Steuersatz haben als die ärmeren 50%. 1960 war das noch komplett andersherum. Da hatten die 400 reichsten US-Bürger einen mehr als doppelt so hohen Steuersatz wie die ärmere Hälfte. Aber das war ja sowohl bei Reagan als auch bei Trump das Versprechen der Steuersenkungen. Man senkt die Steuern, die Unternehmen investieren mehr und schieben so die Wirtschaft an. Aber auch das hat irgendwie nicht funktioniert. Bei Reagans Steuersenkung in den 80ern hat sich irgendwie bei der Investitionsquote fast nichts getan und sie ist bis heute eher gesunken als gestiegen. Es ist auch nicht nur in den USA so. Auch wenn andere Länder sich an Steuersenkungen für reichere probieren, sinkt die Investitionsquote eher als zu steigen, was man an der Steuersenkung 2000 von Gerhard Schröder ganz gut sieht. Also auch der anschiebende Effekt auf die Wirtschaftsleistung scheint nicht so da zu sein, was auch unser Beispiel Kansas zeigt, was wir uns ja am Anfang angeguckt haben. Kansas-Wachstum ist ja nach den Steuersenkungen auch hinter dem der gesamten USA zurückgeblieben. Doch auch wenn man sich die gesamte USA anguckt, egal welche Steuersenkung, das Wachstum wurde durch Einkommenssteuersenkungen nur minimal angeschoben und durch Unternehmenssteuersenkungen so gut wie gar nicht. Was ja auch logisch ist, denn bei Unternehmenssteuersenkungen, da produzieren Unternehmen ja nicht mehr und schieben die Wirtschaft an. Sie schütten nur mehr Gewinn an ihre Anteilseigner aus. Einkommenssteuersenkungen entlasten vor allem die Reicheren und die Reicheren haben eine höhere Sparquote. Das heißt, sie legen mehr von dem Geld zurück, was dann im Kapitalmarkt zur Verfügung steht und beispielsweise für sinkende Zinsen sorgt. Aber die Wirtschaft anschieben beziehungsweise unbedingt für sinnvolle Investitionen sorgen, tut dieses Kapital nicht. Es sorgt maximal für Steuerausfälle des Staates und führt zu geringeren staatlichen Investitionen. Die Theorie von Leffer, dass 30% Steuersatz ideal sein, scheint also falsch zu sein. Hat es aber nach Leffer andere Ökonomen gegeben, die wissenschaftlicher an die ganze Sache rangegangen sind und sich reale Daten angeguckt haben und geguckt haben, inwieweit Steuersenkungen wirklich zu mehr oder weniger Steuereinnahmen führen können. Zwei dieser Ökonomen waren Matthias Trabant und Harald Ulick. Sie kamen bei ihrer Modellierung auf einen idealen Steuersatz von 70%, was ja jetzt mehr als doppelt so hoch ist, wie das, was Leffer sich da ursprünglich ausgedacht hatte. Und ich muss zugeben, ich sehe diese Studien von Trabant und Ulick ehrlich gesagt kritisch. Sie sind nämlich mit ihrer Auswertung nur bis ins Jahr 1995 zurückgegangen. Und ganz viele Effekte von Steuersenkungen sieht man ja erst Jahrzehnte später, denn Steuersenkungen bedeuten auf der anderen Seite auch weniger Einnahmen des Staates. Doch während sich bei Steuererhöhungen Effekte wie Kapitalflucht oder die Abwanderung von Unternehmen relativ schnell bemerkbar machen, sind Ausgabenkürzungen vom Staat bei öffentlichen Investitionen oder bei Sicherheitsausgaben oder im Gesundheitsbereich erst Jahrzehnte später sichtbar. Ganz deutlich wird das beim Bereich der Bildung. Es kürzt hier zwar direkt eine wichtige Zukunftsinvestition, aber bei der Wirtschaftsleistung kommt das erst 20 Jahre später an, wenn die Kinder, die dann quasi in der Schule weniger Bildung erfahren haben, in den Arbeitsmarkt starten. Und sowas verschärft auch die Ungleichheit, aber es dauert halt Jahrzehnte, bis solche Effekte zutage treten. Das heißt, die Schätzung von Trabant und Ulig von einem idealen Steuersatz bei 70% halte ich ehrlich gesagt für zu niedrig. Wahrscheinlich liegt dieser Steuersatz sogar noch höher. Und wir haben ja in unserem Beispiel Kansas jetzt auch gesehen, dass Bildungsausgaben etwas sind, was man ohne großen politischen Widerstand relativ schnell kürzen kann. Steuern zu erhöhen, dauert wesentlich länger. Schürzungen in diesen Bereichen, wie sie in den letzten 40 Jahren vielfach stattgefunden haben, senken nicht nur die soziale Mobilität, sondern verschärfen auch die Einkommensungleichheit. Und steigende Einkommensungleichheit hemmt langfristig das Wirtschaftswachstum. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, Steuersenkungen, wie von Reagan, Trump, Schröder oder Thatcher, wie wir sie gesehen haben, nutzen vor allem den Reichen, aber sie helfen nicht dem Gesamtwirtschaftswachstum. Langfristig schadet das dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum und sorgt dafür, dass alle weniger Wohlstand haben. Diese Fehlentwicklung läuft jetzt schon seit geraumer Zeit. Spätestens mit Reagan hat sie begonnen und ich hoffe ehrlich gesagt, dass sich diese Entwicklung bald umkehren könnte. Joe Biden hat jetzt eine Erhöhung der Unternehmenssteuern vorgeschlagen. Das ist ein erster zarter Schritt in die richtige Richtung. Mal gucken, was da noch kommt. Das ist eine Erhöhung der Unternehmenssteuern vorgeschlagen.